hallo liebe fußballfreunde willkommen auf werners fußball ecke heute habe ich ein neues bundesliga quiz für euch heute müsst ihr versuchen an den augen die bundesliga spieler zu erraten wenn euch das spaß gemacht habt dann abonniert mein kanal danke euch viel spaß bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.